herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddokhandel ich bin heute wieder in mich arena ja ab nächster woche oder morgen bin ich schon leider unterwegs ab morgen mittag und die ganze nächste woche auch ich freue mich weiß das urlaub also ich habe wieder eine woche urlaub auf einer anderen art bin ich auch traurig weil ich würde hier jetzt in meinen mensch kriegen und den kann ich nicht ausprobieren dann müsste ich morgen wahrscheinlich kriegen aber egal urlaub ist wichtiger gut heute kriegte noch nicht dafür noch 75 65 genau ich spiele wettbewerb genau ich spiele wettbewerb viel spaß die erste runde geht los sehr viele ja also wie gesagt ab morgen mittag bin ich dann unterwegs ich bin mir nicht morgen früh noch mal spielen können und dann geht es später weiter nach marburg danach komme ich zwar wieder zurück nach hause aber aber nicht lange weil danach geht es weiter nach hannover dann geht es noch nach hamburg eine erste hamburg dann nach hannover tschuldigung da war ja noch einer die saurie ich möchte dahin komme ich dahin oder krieg ich in anderen krieg ich in anderen nice mit dem ein paar kids hier ergattern viel schaden aber nicht down ich bin immer noch erster erster nice ein paar feste fertig schön 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 und und erster mit 471 dann bis zur nächsten runde ok und die nächste runde geht los meine dritte beziehungsweise zweite runde gerade aus versehen aus versehen falsches spiel gespielt das richtig verschießen von da muss schon hierher kommen ok das läuft ja wie ein schnürchen mal hat man so tage da läuft es richtig gut dann hat man so tage läuft gar nichts stimme hier verstecken in meiner ecke hier zack 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 ist alles fix gehen hier ne ok jetzt stellen wir uns hier rein jetzt wollte ich hier herum kommt keiner vorbei muss sich wieder wandern wo er hat mich erwischt der player ja da möchte ich dieses christ ist fertig nur juhu 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 folge gewonnen das muss ich schaffen das muss ich schaffen für den folgenden erster 366 gut dann schnell weiter sofort nicht so viel spaß okay zunächst starten wir unser glück auch hat nicht geklappt ok schnell wieder verstecken da kommt einer zum wrecken ok bisschen erholen das war adrenalin stress hier verstecken kommt der nächste da oben ist einer 1 müsste ich vor doch kratzt an da hat es gibt es doch nicht noch bin ich erst noch bin ich erster schnell so das sieht doch schon mal sehr schön aus zack jetzt bin ich hier mit meiner rakete mehrfach hier oben das ist auch schön kommt ja fast keiner her ok ok was ist und 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 jawohl ich werde hier von allen seiten beschossen können die sich nicht den anderen suchen ich habe wieder mit elf gewonnen was war die erste und auch mit elf kills erste zweite dritte 2 mvps also sollte er tag ich muss lotto spielen naja dann habe ich eine zahl von sechs bringt auch nichts ok ja also heute nachmittag noch paar produktion machen für nächste woche weil ich nicht genau weiß wann ich genau immer zu hause sein könnte aber ich denke mal ich werde wie gesagt morgen nach hamburg morgen nach hamburg fahren da komme ich auch morgen wieder morgen abend wir holen mich jemanden ab und wir fahren am montag oder am sonntag los nach hamburg für drei tage also sprich bis mittwoch dann werden wir mittwoch donnerstag und freitag morgens in hannover sein freitag morgens einmal zurückfahren dann werde ich nachmittags hier sein ja ja also muss ich vor produzieren das vielleicht dann heute nachher machen wenn ich feierabend habe aber das war es mit dieser hunde ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis damit viel spaß und auf wiedersehen